Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauden von Flowers bei Schauden und wir stehen hier gerade im Gartencenter, vorm Gartencenter in Kloppenburg und ich möchte euch gerne mitnehmen zu den Weihnachtstrends 2020. Also kommt mit rein. Hier ist es ein bisschen wärmer und wir starten mit unserer ersten Ecke. Ich finde das ganz toll, meine Damen haben letzte Woche einen Traubogen fertig gemacht mit diesen Naturästen, mit diesen Pampasgräsern, Protein, Eukalyptus, diesen Blättern. Also wirklich klasse und ich finde, deswegen haben wir es auch aufgebaut, es passt sehr gut zu Weihnachten, auch diese Farbwelt ist auf jeden Fall Weihnachten 2020 zu sehen. Also wenn man diesen Bohemian-Schick Ibiza-Style hat, braucht man das nicht alles umzudekorieren. Ich finde, man kann das ganz toll ergänzen mit Pampasgräsern, mit Sachen aus der Natur, mit Baumwolle und ihr kleinen Schätzchen, ihr kommt noch nach draußen. Also wir sind natürlich noch nicht ganz fertig, aber wir haben schon so ein paar Themenwelten aufgesetzt und man sieht immer wieder, dass Natur wiederkommt in Kombination mit Licht und mit Glitzer. Aber jetzt noch mal einmal kurz kommt für meinen Vater die Schnittblumen, weil wir sind natürlich die Schnittblumenbarone hier aus Norddeutschland und wir lieben das einfach so ein bisschen marktmäßig aufzubauen. Auch Eukalyptusgrün, wir haben Olivengrün und wir kriegen natürlich ganz tolle Schnittgrünsorten auch wieder zu Weihnachten. Da freue ich mich schon wieder drauf, wenn da die ersten Sachen kommen. Aber der Herbst hat auch seinen Charme und das möchte ich euch auch zeigen. Hier ganz toll mit diesen Nadelkissen, Physalis, mit dieser pinken Gerber, mit diesem durchgeknallten eingefärbten Eukalyptus. Aber ich mag diese Farbkombination. Ich finde Herbst ist knallig, aber wir wollen ja die Weihnachtstrends zeigen. Trotzdem noch so ein paar Tipps, wenn ihr noch nicht weihnachtlich dekoriert. Hier haben wir noch eine schöne Geschichte, wie man ein Windlicht dekorieren kann. Das ist alles so ein bisschen getrocknete Materialien oder das ist eingetrocknet. Man kann natürlich noch ein paar frische Äpfel dazu nehmen und das sieht sehr schick aus. Ich weiß nicht, ob du schon siehst Kameramann, das erste Licht ist da. Ich habe gestern noch eine ganz schnelle Ecke dekoriert. Meine Mädels haben hier was Schönes fertig gemacht. Einfach diese Terrakottatöpfe, also wieder dieses Natur mit Gauterien. Einfach so ein Hirschen da rein oder ein Holzstern rein oder einen dicken Zapfen rein. Nicht so kompliziert, sondern mega simpel. Hier auch wieder dieses Terrakotta. Terrakotta ist auch eine Trennfarbe. Also Terrakotta kommt und man sieht es auch immer, immer wieder mehr. Und hier habe ich jetzt so einen coolen Jutestern vorgesetzt, aber die Technik ist mittlerweile auch so weit. Oh Gott, Fussel, Fussel, Fussel. Aber ich glaube, ihr könnt euch das wohl vorstellen. Hier ist eine Batteriekartusche drin für draußen und dann kann man natürlich auch so einen tollen Stern davor setzen. Oder man arbeitet, wenn ihr noch eine Outdoor-Lichterkette habt. So was natürlich einfach mit ein. Ich fand es ein bisschen zu nüchtern, um das nur in weiß zu gestalten, obwohl solche weiße, helle Gestaltungsarten sehr schön sind. Aber immer zwischendurch so ein paar rote Elemente finde ich persönlich sehr schön. Ja, hier seht ihr schon die ersten Häuser. Und das ist so ein Thema, das dafür haben wir uns entschieden. Das finden wir einfach schön, um immer wieder diese Leuchthäuser aufzusetzen. Und die gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. War eigentlich Trend 2020. Wir sind alle zu Hause. Also lasst es unser Zuhause schön fertig zu machen oder fertig machen, wie es uns natürlich gefällt. Manchmal kommen noch Fragen wegen Allerheiligen. Und meine Kollegin war so nett und war gestern noch mal da und hat einfach so ein paar Sachen fertig gemacht. Und ich finde das so schön. Einfach so ein schöner Pflanzkranz. Das kann man natürlich, das ist jetzt nicht so klassisch Allerheiligen, sondern so ein bisschen moderner gestaltet. Und das finde ich auch richtig klasse. Also es muss nicht immer so nur Tanne sein, sondern man kann auch mit Pflanzen kombinieren. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Hier ist natürlich noch der volle Herbst am Gange mit Asta, mit Heide, mit Zellosien. Hier nochmal ein bisschen Vorbereitung für Allerheiligen. Auch sehr, sehr schön finde ich diese Farbkombinationen, diesen Bärentön. Wenn man sich unsicher ist mit Farbkombinationen, Ton in Ton geht immer. Nur nicht zu dunkel ist wichtig. Kleiner Hint, wer noch keine Blumenpflanzen gepflanzt hat, pflanzt die. Momentan gibt es sie eigentlich überall zu kaufen. Narzissen, Tulpen, Perlhyazinden. Und das, was dann hier überbleibt, das landet bei uns im Garten. Und da wollen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen pflanzen. Ja, hier wieder das Thema Häuser. Momentan kommen wir ja nicht nach Holland, nicht nach Amsterdam. Also haben wir uns die Skyline einfach gebaut. Und das wollen wir schön mit Tannenbäumen, mit Zuckerhutfichten, mit Weihnachtsmännern richtig cool und pompös dekorieren. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Wochen geschehen. Ja, und hier haben wir so ein bisschen Basteltisch. Wer gerne selber Do-it-yourself macht, da muss man auch die Materialien für haben. Hier haben wir alles rustikale Materialien für draußen. Ob es diese Töpfe sind mit Zuckerhutfichten. Hier solche XXL-Glocken oder dann haben wir tolle Holzsterne. Alles ein bisschen größer. Auch sehr schön. Wieder dieses Häuschen. Da könnte man jetzt auch was mit einer LED-Kerze machen. Kann man toll ausdekorieren. Finde ich auch sehr schön. Ja, hier passiert noch nicht so viel, weil hier wird gerade Licht aufgebaut. Also eine kleine nackige Ecke noch. Ja, aber der Weihnachtsmann, der lacht uns schon an. Das sind einfach solche Tüten, die kann man aufstulpen. Dies ist ein alter Zaun gewesen. Den haben wir drüber, ja, mit diesem Filzmann hier rüber gestulpt. Aber man könnte natürlich auch einfach einen Birkenast nehmen. Den findest du gut, ne? Den musste ich eben zeigen. Schöne Grüße an Ingmarie. Gefällt er dir? Den können wir dir auch rüberschicken. Das ist meine Schwiegermutter. Genau. Ja, hier haben wir, wie gesagt, erst noch so ein bisschen Stillleben fertig gemacht. Ich würde sagen, wir gehen auch ins Warmen. Ich weiß nicht, ob das hier schon kalt ist. Mir ist das auf jeden Fall sehr kalt. Ja, hier möchte ich aber nochmal einmal kurz was zeigen. Hier haben wir auch viele Do-It-Yourself-Produkte wie Jute-Sterne, Jute-Bänder. Und alles halt wirklich immer in Kombination mit Natur. Und das kann man halt mit Glitzer kombinieren. Und auch da wieder, ne? Kleine Glocken, große Glocken. Ich hatte letztes Jahr ein ganz tolles Do-It-Yourself damit gemacht. Und ich werde auf jeden Fall nochmal eine 2020-Variante damit machen. Ja, hier haben wir Kunstgrün, weil man darf natürlich nicht vergessen, wenn wir unsere Weihnachtsausstellung starten, die starten wir früher, damit man halt einfach nicht diese Massen an Leute hat. Und deswegen bereiten wir sehr viel in Kunst vor, was man natürlich im Nachhinein in frisch nachmachen kann. Hier habe ich auch diese kleinen Tomten, diese kleinen Wichtel. Die kann man in einer Pflanzschale stecken. Und dann würde ich sagen, gehen wir ab ins Warme. Ja, mein Vater hat noch extra wunderschöne Strelizien eingekauft. Das sehe ich immer in Schweden in den Gartenzentren, dass sie wirklich diese großen grünen Pflanzen kombinieren in der Weihnachtsausstellung. Und das finde ich immer richtig klasse. Es gibt immer sofort ein bisschen Charakter. Hier haben wir schon mal ein Regal vorbereitet, wo reine Warenpräsentation ist. Aber ich möchte zeigen, man kann mit tollen Übertöpfen, Details wie mit solchen Federn oder Windlichter, das ist für mich auch schon Weihnachten. Also es muss nicht immer ein Stern oder so sein, sondern man kann einfach mit tollen Elementen einfach edel auch dekorieren. Und dann macht man da eine Tannengelande oder eine Lichterkette zu. Et voilà, dann ist schon Weihnachten eindekoriert. Und das ist eigentlich auch die Kunst, dass man nicht nur Sachen für die sechs Wochen einkauft, sondern ein toller Mix. Hier nochmal die Warenpräsentation von den Strelizien. Ich möchte einfach zeigen, auch da hat sich so viel getan. Hier wird einfach so ein Jutesack drüber gestulpt oder ein Korb oder ein Bambuskorb oder einfach tolle Keramik. Und das ist für mich auch Interieur. Also nicht nur immer dieser weiße Topf, sondern der Topf gehört schon zur Deko dazu. Ja, das Thema Ringe, da werde ich noch drauf eingehen. Hier könnte man jetzt eine schöne LED-Kerze, einen tollen Halbkranz vorbereiten. Und hier finde ich das auch ganz toll. Wie gesagt, ich habe sie extra eingekauft, schon mal für unser Häuschen. Ich zeige dir nachher mal, welches wird. Und da hinten, seht ihr schon, da sind die Lichterketten und die Zapfen. Hier fängt es dann langsam an. Natürlich haben wir auch Kunstgrün, tolle Eukalyptuskränze, wie gesagt, weil das Eukalyptus immer so schnell eintrocknet. Und das könnte man dann aber ein bisschen mit frischem Eukalyptus aufpimpen. Werde ich auf jeden Fall auch noch mal zeigen. Ich weiß nicht, schreibt gerne in den Kommentaren, ob ihr schon Lust habt, auf die ersten Weihnachtsdekorationen, weil dann würde ich sofort Mittwoch loslegen. Ja, hier wieder das Thema Glitzer, Glamour in Kombination mit Natur. Und deswegen bricht das und macht es die Sache so interessant. Dann hat man natürlich auch wieder Leuchtmitte dazu, Leuchtzapfen und hier habe ich noch so eine Leuchtgelande. So etwas kann man natürlich auch einfach hier über so einen Kranz legen. Finde ich auch richtig klasse, dass man gar nicht so viel hat, sondern wirklich so ein bisschen, ja, was Schlichtes fertig macht, ein Stillleben und das gar nicht mehr so vollballert wie die letzten Jahre. Ein schönes Stückchen Fell da drunter und das sieht richtig schön aus. Ja, den nehme ich mal eben mit, dann kann ich euch dann nachher noch was mit zeigen. Hier auch wieder, dieser Mix, Materialmix ist auch wichtig. Hier ist es flauschig, hier hat man wieder Licht, hier haben die Flügel ein bisschen Licht mit Gold, mit Silber kombiniert. Also habt da keine Scheu für, das könnt ihr natürlich gerne fertig machen. Guten Morgen, Michelle. Eine Kollegin kommt gerade. Wir haben nämlich sonntags immer auf von 10 bis 13 Uhr, also dann könnt ihr natürlich auch gerne vorbeikommen. Dieser Baum ist noch nicht ganz fertig, so sehr minimalistisch, aber hier möchte ich nur Sterne reinhängen. Also goldene, diese Kunstledersterne, Glitzersterne, einfach der Mix. Und das ist nochmal ein Hint auf unseren Gärtner, der sagt, das wird ein Jahrhundertwinter. Und so unsere Hirsche haben sogar schon ein Mützchen auf. Die Regale sind noch leer, weil unsere Kerzen noch nicht angekommen sind. Und hier hat meine Kollegin einen ganz tollen Kranz gemacht, hier mit Stacheldraht, mit Eukalyptus, mit Statize, mit Pampasgras. Einfach um zu zeigen, das trocknet teils ganz, ganz toll ein. Und das Thema trocken kann man halt auch mit frisch kombinieren. Da eine geile Lichterkette dran, so einen fetten Stern, vielleicht noch so ein Band drunter. Dann hat man doch schon eine richtig schöne winterliche Dekoration. Ja, hier gehen wir zu einer anderen Farbwelt. Ihr seht das schon bei der Dame, die hat eine ganz tolle Aura. Oh, du möchtest erst dieses Gesteck. Ja, wir haben hier so ein bisschen wieder dieses Creme aufgegriffen mit diesem Graugrün. Und dieser Farn sieht halt so ein bisschen aus, als ob es so eine winterraue hat. Also ganz mobile, ganz helle Farben. Und da kann man halt wirklich auch noch Maube zu dekorieren, was sehr trendy ist. Oder ich habe dem Hirschen hier schon hingestellt, diesen Terracotta-Ton. Der würde zum Beispiel auch sehr schön aussehen. Also ruhig Mut zur Farbe. Wenn ihr immer dieses Rosé gehabt habt, vielleicht ein bisschen mit Creme und mit diesem Gräulichen kombinieren. Und dann mal so ein Terracotta- oder Maube-Ton dazu. Finde ich sehr schön. Hier haben wir die Farbwelt auch mal ganz toll dargestellt. Die Rosenkerzen werden dann noch ausgetauscht gegen andere Kerzen. Oder auch Themen aufbauen, indem man Materialmix macht. Hier haben wir diese glitzerfarbenen Bäumchen in Kombination mit Korb. Also dieser Materialmix, dieser Glitzer-Mix. Hier haben wir auch ganz tolle Lichtbäumchen wieder. Die sind aus Wachs. Die geben auch so eine gewisse Wärme. Soll ich mir einmal meinen Trick zeigen? Ich habe hier so ein Remote-Fernbedienung. Und da kann ich es an und aus machen. Also das sind alles so kleine Kniffels, die wirklich richtig klasse sind. Und hier auch wieder dieses mobile, dieses schlichte in Kombination mit Glitzer. Also das ist ein Thema, wo ich mich schon richtig darauf freue, das umzusetzen in meinen Adventsgestecken. Ja, hier habe ich nochmal einmal das Thema Licht. Ich musste diese ganz schnell auspacken. Also wir haben noch lange nicht alle Ware drin. Aber das ist halt, also es ist aus Kunststoff, gar nicht so mega hochwertig. Aber hat einen total tollen Effekt. Also würde ich mir sofort hinstellen, wenn man einen alten Lampenschirm oder Lampenkappe, nicht Lampenfuß hat, dann klickt man das einfach drauf und hat eine ganz normale Fassung. Finde ich sehr schön. Ja, hier blüht natürlich mein Herz auf. Deswegen ist die Ecke auch schon fast am meisten fertig. Und die ersten Werkstücke, das ist das Thema Skandinavien. Und da kommen wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht hin, was wirklich sehr schade ist. Aber wir haben hier ganz tolle Metallringe, wieder kleine Stabkerzen, das Thema Rot. Und das sehe ich immer, diese schlichten Details. Zum Beispiel so eine rustikale Lampe mit so einer Tannengelande mit diesen roten Bären. Das kann man natürlich im Winter mit frischem Tannengrün machen, echten Ilex. Dann diese Glocke dran oder einen geilen Zinkstern. Das finde ich persönlich natürlich immer sehr, sehr schön. Und ja, ein paar Adventskränze kann ich euch zeigen und gestecke. Und das ist einmal hier, dieser hier, den finde ich sehr schön. Der ist jetzt in Künstlich gemacht worden mit dieser tollen Bäre, mit diesem tollen Kieferkranz, mit diesen Stabkerzen. Und das wollte ich euch einfach nochmal zeigen. Ich weiß, dass wir die schon seit Jahren haben, aber die sind halt immer ausverkauft. Ich habe dieses Jahr einfach mal ein paar mehr bestellt, weil das ist so eine geile Technik. Das kann man einfach hier draus setzen. Man könnte auch den Kranz so nehmen. Den könnte man jetzt auch hinhängen, wenn man möchte und ein bisschen Eukalyptus drum zuwickeln. Und das gibt es natürlich auch für Stabkerzen. Und die Kerzen stehen dann einfach bombenfest. Und das ist natürlich auch wichtig. Ja, hier haben wir so ein bisschen Sand, Creme, Natur. Und da könnte man auch wieder so einen Rostton reinbringen. Oder ein dunkles Rot oder ein dunkles Grün. Damit man eine Unterbrechung hat. Hier nochmal einmal auf das Thema Nachhaltigkeit. Da gehen wirklich sehr wenige Firmen drauf ein. Diese Firma macht das. Das ist jetzt aus Pappmaché, aus recycelten Material. Finde ich ganz klasse. Also wir probieren es auf jeden Fall hier und da aufzugreifen. Natürlich wieder mit unseren Häuschen, mit unseren Bäumchen. Und auch mit dem Verpackungsmaterial, dass es mittlerweile so ist, dass auch ohne Kunststoff verpackt wird. Finde ich ganz toll. Und das probieren wir natürlich auch bei uns im Online-Shop. Da haben wir eine Schreddermaschine mit Papier. Und das kommt auch wirklich immer sehr gut an. Und ich hoffe, dass die Materialien auch gut ankommen. So was finde ich jetzt auch sehr schön. Manche haben ja schon so ein paar Zinkmaterialien zu Hause. Um einfach zu zeigen, wie ihr das ganz niedlich und einfach fertig machen könnt. Mit ein bisschen Hagebutte, Äpfelchen, Polstermos. Also einfach dieses Natürliche. Und dann möchte ich euch nochmal einmal hier mit hinnehmen, weil ich den Schrank so toll finde und das Bild. Aber natürlich einfach dieses Gesamtbild. Diese schlichten Bäume mit Lichtbäumen dabei. Und natürlich wieder einfach diese Naturprodukte. Hier könnte man jetzt zum Beispiel noch so ein bisschen Glitzer reinbringen. Und apropos Glitzer, also ich finde es ganz toll, diese Kugeln. Ich habe die auch jetzt schon mal hier so ein bisschen rumexperimentiert und getestet. So was kann man einfach auch ganz toll kombinieren, weil das dieses irgendwie so einen natürlichen, hochwertigen Touch hat. Und das finde ich richtig klasse. Ja, und natürlich viel aus der Luft, viel am Hängen, damit die Fenster schön geschmückt sind. Wenn man sich schon nicht sieht, dann kann man sich durch ein Fenster schön zuwinken. Und dann laufe ich nochmal einmal in dieser Ecke, weil das ist halt wirklich die Trendfarbe eigentlich gewesen von 2020. Ist dieses dunkle Blau, ist dieses Rost und dieses Flaschengrün, sage ich mal. Wirkt so ein bisschen dunkler, ein bisschen derber. Aber das kann man dann wiederum schön mit Gold kombinieren. Oder man setzt das um mit tollen Holzbäumen, Holzsternen. Ich glaube, wir haben auch ganz tolle Holzengel. Und der Kameramann, der macht schon gerade so eine Kopfbewegung, dass ich die nochmal einmal zeigen soll. Unsere kleine Tomtenring. Der Kameramann war nämlich mit auf der Christmas World, wo wir eingekauft haben. Und das hat er sich dann ausgesucht. Wir suchen immer mal wieder neue exklusive Firmen aus. Und wenn da eine Kerze drin ist, dann scheinen einfach diese Gesichter von diesen kleinen Nikoläusen. Und da finde ich ganz, ganz schön. Hier nochmal eine Idee, wenn man noch so einen Ständer hat. Also es muss nicht immer ein dicker Tannenkranz sein. Auch wieder diese Kombi Natur mit Glitzer. Also es wird immer Natur setzt dich zu. Und hier habe ich noch diese schönen Zimmer, ich wollte gerade sagen Zimmertannen. Ja, das sind Zimmertannen. Dazu gesetzt mal nicht die normale, klassische Tanne. Und hier oben, um den Abschluss zu machen, möchte ich euch nochmal einmal was zeigen. Eine Ecke nehme ich noch mit. Hier haben wir auch wieder unsere Lichthäuschen, wie man das ganz toll dekorieren kann. Einfach mit ein paar Naturbäumen mit so einem hellen Lindgrün. Den finde ich auch sehr schön. Wie wollen wir rumgehen? So rum? Ja gut, dann seht ihr noch ein bisschen mehr vom Laden. Das ist immer so eine Sache. Also der Kameramann muss ganz viel rückwärts laufen. Und ich schmeiße mich immer weg. So, jetzt nochmal einmal kurz zum Abschluss. Hier nochmal das Thema Trockenblumen. Ich möchte euch nochmal zeigen, das ist ein Gesteck. Sowas ähnliches hatte ich ja gezeigt. Es kann einfach auch ganz edel und elegant aussehen. Es kann auch ganz bunt und ganz wild aussehen. Also es kann von bis. Und das ist das Schöne an diesen Trockenblumen. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache. Aber für die Leute, die gerne Trockenblumen mag. Wir haben einmal eine große, große Auswahl da. Und damit schließe ich euch ab. Schließe ich es auch ab. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, dass wir endlich unseren Online-Shop für Weihnachten loungen können. Euch wünsche ich einen schönen Sonntag. Und ich hoffe, wir sehen uns hier im Laden. Bis bald. Ciao. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Peace and joy for everyone alike And now I know what Christmas can be like I'll give you a kiss underneath the mistletoe You give me that look that makes me love you so This year will be better in so many ways Now that I've got someone keeping me so amazed Now I know what Christmas can be like Now I know what everyone's been talking about Dekorieren macht einfach mega viel Spaß und ich freue mich echt den Laden komplett fertig zu machen Wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein cooles Do-It-Yourself, dann klickt einfach hier unten Und ich habe immer sehr coole Ideen und ab jetzt geht es auch wirklich los mit tollen Weihnachts-Video-Sales und wenn ihr Bock drauf habt, abonniert einfach hier oben! Bye! Bye! Bye!